Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast bei mir und bin sehr, sehr froh darüber, dass ich da sein darf bei ihm. Wir sind nämlich tatsächlich ganz Corona-konform, muss ich sagen. Heute nicht per Zoom, deswegen habt ihr auch eine bessere Tonqualität als sonst, wenn ich Interviews mache. Und zwar sitze ich bei unserem ehemaligen geschäftsführenden Direktor Lutz-Werner Hesse in der Küche, muss man sagen. Und ja, die Leute, die hier zuhören, die in Wuppertal studieren, kennen ihn persönlich. Die Leute, die in Köln studieren, haben vielleicht von ihm gehört. Und die Leute, die sonst zuhören, werde ich heute ein bisschen vorstellen, wer er ist, warum ich ihn interviewe. Und ja, zuerst mal habe ich die Frage, Lutz-Werner, wie geht es dir heute? Ganz entspannt einsteigen. Ja, also mir geht es den Umständen entsprechend gut. Okay. Ich bin gesund, ich bin zum ersten Mal geimpft. Ach, sehr gut. Und ja, den Umständen entsprechend gut. Okay, das ist doch schon mal schön. Genau, für alle, die dich nicht kennen, würdest du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du jetzt? Weil du bist ja eben nicht mehr geschäftsführende Direktor. Du bist jetzt in Rente offiziell oder Pension, sagt man Pension? Nee, ich bin Angestellter gewesen. Angestellter gewesen, okay. Deswegen bin ich in Rente. Als Beamter wäre ich in Pension. So rum ist es, okay. Genau. Nein, ich bin in Rente. Ja, wer bin ich? Ich habe Schulmusik studiert in Köln. Das heißt, ich bin dieser Hochschule, an der ich dann später ja auch viele Jahrzehnte gearbeitet habe, wirklich sehr, sehr lange verbunden. Schulmusik und Komposition. Ich habe dann im Rahmen eines Schulmusikstudiums auch noch lateinische Philologie. Und weil ich dann promovieren wollte, in Musikwissenschaft, noch Musikwissenschaft und alte Geschichte studiert. Mein ursprünglicher Berufswunsch war tatsächlich der, dass ich Hornist werden wollte. Weil das Horn ist das Instrument, das ich in all den Jahren, in denen ich Musik studiert habe, am besten spielen gelernt habe. Das war auch mein Hauptfachinstrument im Schulmusikstudium. Aber im Verlauf des Studiums stellte sich heraus, dass ich zwar gut war, aber nicht gut genug, um irgendwann in einem Spitzenorchester, wie damals mein Hornlehrer immerhin Erich Penzel, ein sehr prominenter Hornist, bei dem ich Unterricht haben durfte, nicht gut genug, um wirklich in einem Spitzenorchester auf Dauer irgendwo ganz vorne unterzukommen. Und irgendwann stellte er mir dann die Frage, wenn es Ihnen reicht, in einem nicht so guten Orchester am dritten oder vierten Horn zu sitzen, dann sollten Sie das weiter verfolgen. Wenn Sie andere Ziele haben, dann sollten Sie das nicht tun. Und ich habe mich dann entschieden, andere Ziele zu verfolgen. Die Sache mit dem Schulmusikstudium war natürlich ja sowieso schon ein bisschen ein Fingerzeig, auch so in eine wissenschaftlich lehrende Richtung, auch wenn ich zwar nicht vor hatte, an die Schule zu gehen, aber mit diesem Schulmusikstudium doch ein sehr, sehr gutes Grundlagenstudium absolviert hatte damals und tatsächlich dann auch erstes und zweites Staatsexamen gemacht habe, Referendarzeit gemacht habe, also tatsächlich Schule auch kennengelernt habe, um dann aber das zu realisieren, was ich, nachdem ich also nun nicht erster Hornist bei den Berliner Philharmonikern werden konnte, vielleicht realisieren konnte, nämlich an eine Hochschule zu gehen, um da zu unterrichten. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Ich habe dann 1984 eine Stelle in Wuppertal bekommen als Dozent für Musikwissenschaft und Tonsatz, also die Fächer, die ich bis zum Schluss dann auch unterrichtet habe. Okay. Wow. 84. Ja, das ist eine lange Zeit, die ich dann an dieser Hochschule im Grunde genommen verbracht habe. Davor hast du aber ja schon studiert. Davor habe ich schon studiert. Ich habe 75 angefangen mit dem Studium. Wow. Und insofern ist das wirklich meine Hochschule. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hatte auch zwischendurch mal natürlich die Fühler an andere Hochschulen ausgestreckt und mich da beworben. Und mit Bewerbung ist das immer so eine Sache. Manche gehen gut, manche gehen nicht gut. Eine ging eigentlich sehr, sehr gut. Da war ich auch tatsächlich auf Platz 1 des Dreiervorschlags. Aber da kam mir damals die Gleichstellungsregelung in die Quere, weil da war im Dreiervorschlag dann eine Mitbewerberin und die wurde halt eben dann vorgezogen. Insofern habe ich dann später immer im Spaß so gesagt, ich habe mein Gleichstellungsopfer gebracht. Ja, und bin in Wuppertal geblieben und bin im Nachhinein aber sehr froh, dass ich in Wuppertal geblieben bin, weil es ist eigentlich der Ort, an dem ich mich über viele Jahrzehnte ausgesprochen wohlgefühlt habe. Mit Menschen, denen ich mich sehr verbunden gefühlt habe, deren Qualifikation ich sehr geschätzt habe, deren Empathie ich sehr geschätzt habe. Und ja, habe dann auch späteren Versuchen irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, dann widerstanden und habe gesagt, nein, ich bleibe jetzt einfach hier. Hier ist mein Platz. Wow, das ist eine sehr lange Zeit. Das kann ich auch verstehen, als du die Abschlussrede gehalten hast im Senat. Das ist eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, an einer Hochschule zu bleiben. Also ich kenne viele Leute, die dann vielleicht anfangen, an einer Hochschule zu unterrichten, an der sie mal studiert haben, aber dann meistens zieht sie es ja dann doch irgendwo mal weg. Ich könnte mir auch momentan, ich weiß gar nicht, ob ich mir das vorstellen könnte, an der Kölner Hochschule zu arbeiten. Also man weiß ja nicht, wo es einen hinführt. Aber Wahnsinn. Du bist dann irgendwann ja Geschäftsführer Direktor geworden. Das ist ja dann wahrscheinlich später gewesen. Ja, das war im Jahr 2008. Da ist mein Vorgänger Dieter Kreidler in den Ruhestand gegangen. Und ich hatte so zehn Jahre vorher, Ende der 90er Jahre, erstmals mir Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt tatsächlich bis zum Ende meines Berufslebens Tonsatz und Musikwissenschaft ausschließlich unterrichten möchte. Ich habe ja bis zum Schluss unterrichtet und das auch immer mit großer Freude getan und muss auch ganz offen bekennen, das habe ich auch an anderer Stelle ja schon gesagt, dass die großen Momente einer Hochschulkarriere eigentlich die sind, wo man eine richtig gute Unterrichtsstunde hinter sich gebracht hat. Und es dann zumindest ein paar Studierende gibt, die einen irgendwie glücklich anschauen. Das ist besser als jeder Erfolg, den man in irgendeinem Gremium haben kann. Weil das ist im Grunde genommen ja die kritischste Masse von Menschen, mit der man zu tun hat. Und diejenige, die man ja halt eben auch bewegen möchte mit dem, was man tut. Und also das habe ich ja bis zum Schluss gemacht und sehr, sehr gerne gemacht, aber ich wollte irgendwann nicht mehr ausschließlich das tun, sondern ich hatte das Bedürfnis, tatsächlich auch ein bisschen gestaltend in der Hochschule tätig zu sein. Und hatte dann mit meinem Vorgänger Dieter Kreidler überlegt, wie eigentlich der Weg so sein könnte. Und wir haben das dann ein bisschen vorbereitet in der Art und Weise, dass ich also Einblicke bekommen habe in das, was er so tut. Und dann ist es irgendwann halt ganz normal über eine Wahl gelaufen. Das ist ja ein Wahlamt. Man wird dann gewählt im Falle eines Standortdirektors für zwei Jahre, genau wie die Dekane auch. Und das habe ich dann seit 2008 eben jetzt bis zum Eintritt in den Ruhestand gemacht. Wahnsinn. 2008. Okay. Es rechnet tatsächlich immer so ein bisschen im Kopf, weil ich, also da war ich ja schon da, weil 1985 war ich schlicht noch nicht mehr auf dieser Welt. Aber das ist immer so spannend, wenn man dann als junger Mensch mit Menschen spricht, die irgendwie ihr Berufsleben hinter sich haben, und man denkt so krass, 2008 war ich einfach in der achten Klasse. Oder wenn dann jemand sagt, 1993 habe ich mein Studium begonnen, dann sagt man so, ja, ich bin dann ja später auf die Welt gekommen. Also diese Zeiteinteilung. Ich bin auch ein großer Geschichtsfan. Also jetzt nicht nur im Sinne von alter Geschichte, sondern was war wann? Wer war wo wann? Und manchmal ergeben sich ja dann so ganz spannende Konstellationen. Jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen, die hier zuhören, weil ich ja doch sonst immer sehr junge Menschen in meinem Podcast habe, die ich interviewe, also andere Studierende interviewe ich oft. Ich glaube, der Älteste bisher war mein Vater, den ich interviewt habe, weil auch seine Geschichte fand ich so spannend immer, dass ich gesagt habe, die muss man erzählen aus Studiensicht, weil ich meine, es geht jetzt hier ja vor allem an Musikstudierende. Der Grund, warum du hier sitzt, ist tatsächlich, diesen Podcast gäbe es ohne dich gar nicht. Das muss ich tatsächlich so sagen und das muss man auch, weil viele wissen das glaube ich nicht, dass man nicht unbedingt an Hochschulen so individual gefördert werden kann, wie das manche können oder wie sie gefördert wurden. Bei mir war das so, weil ich habe natürlich einen tollen Professor, wir brauchen ja gar nicht drüber zu reden, dass Dirk ein sehr individuell Förderer ist, der jeden wirklich an seine Grenzen bringen möchte, aber auch eben weiterbringen möchte. Aber ich kenne tatsächlich nicht so viele Dozenten, die Nebenfächer unterrichten, was Musikwissenschaft und Tonsatz in dem Moment ja ist, die das Potenzial von Studierenden entdecken und sagen, da kann ich vielleicht was tun, da kann ich vielleicht helfen, dass diese Person ein bisschen sich weiterentwickelt, auch nicht nur auf dem Instrument, weil ich habe tatsächlich jetzt auch die letzten Tage darüber nachgedacht und meinte noch zu meinem Freund, es ist so krass, diese ganze Managed-Musik-Geschichte gäbe es überhaupt nicht, ohne die Prämisse, dass du damals gesagt hast, dann mach doch diesen Workshop. Ich gebe dir hier die Möglichkeit, damals waren wir ja noch per Sie, also ich gebe Ihnen hier die Möglichkeit, machen Sie doch diesen Kurs, dann gucken Sie einfach mal, wie das läuft und es lief verdammt gut. Und in dieser Zeit, wo ich diesen Workshop zum ersten Mal gehalten habe, sind mir überhaupt erst diese ganzen Ideen gekommen. Also ich wäre wahrscheinlich gar nicht an den Punkt gekommen, zu sagen, ich mache einen Podcast über das Thema. Ich wette, ich hätte irgendwann einen Podcast gemacht, ich mache ja jetzt auch einen über Flöte, aber genau diese Art von Podcast, dass man sagt, Studierende zu fördern in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, was ja irgendwie unterbewusst passiert ist, das mache ich ja jetzt mit meinem Podcast auch, dass ich hier Themen anspreche, die vielleicht nicht unbedingt Thema sind in der Hochschule. Und ja, da muss man sagen, ich glaube, ich wäre ohne dich tatsächlich nicht auf diese Idee gekommen, das zu machen. Weiß ich nicht. Also man kann es ja nicht sagen. Ich freue mich natürlich, dass das dazu beigetragen hat, dass du dann in diese Richtung gegangen bist. Tatsächlich ist es so, ich meine, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen abgegriffen, aber ich bin einfach sehr interessiert an Menschen. Ja. Und wenn ich bei Menschen, in dem Fall jetzt vor allen Dingen bei Studierenden halt eben spüre, dass da mehr ist, als dass sie einfach zum Beispiel auch nur eine Veranstaltung bei mir absitzen, sondern ich merke, da gibt es ein Interesse, das einfach ein tiefer gehendes Interesse ist und da gibt es Fähigkeiten, dann finde ich, ist man geradezu verpflichtet, das halt eben auch zu fördern. Und das hat mir immer sehr, sehr viel Freude bereitet. Es gab ja über die Hochschule die Möglichkeit, zum Beispiel die Richard-Wagner-Festspiele zu besuchen mit den beiden Wagner-Verbänden, die es in Wuppertal gegeben hat. Da habe ich viele Jahre lang auch die Möglichkeit gehabt, beide Verbände zu beraten, wen sie halt eben dann da hinschicken sollten. Es gibt die Möglichkeit, das über Stipendien zu tun. Da bin ich ja auch in verschiedenen Gremien, die solche Stipendien vergeben und habe versucht, halt da Positives zu bewirken. Das ist das, was natürlich auch letztendlich dann eine solche Tätigkeit spannend macht. Ja. Diese enge Zusammenarbeit mit den Menschen. Und weil du eben davon sprachst, dass es meistens ja Jüngere sind, dieser Altersaspekt ist für mich natürlich auch ein sehr interessanter gewesen, weil als ich anfing an der Hochschule 1984, gab es damals tatsächlich Langzeitstudierende, die waren älter als ich. Weil das war die Zeit, in der es durchaus nichts Ungewöhnliches war, dass man 15 oder 17 oder 18 oder vielleicht irgendwann auch einfach vergessen hatte, sich zu exmatrikulieren und dann schon im 21. Semester gewesen ist. Also es gab Studierende, die waren älter als ich. Und im Verlauf dieser langen Berufszeit hat sich das natürlich verändert. Die Studierenden wurden auf eine gewisse Art und Weise immer jünger, weil ich immer älter wurde. Und das war ein interessanter Prozess mitzubekommen, wie sich halt eben natürlich dann auch die Wahrnehmung der Studierenden verändert. Oder der Blick auf die Studierenden verändert. Es ist ja dann häufig die Rede darüber, dass ja eben alles schlechter geworden wäre von den Voraussetzungen. Und ich habe niemals dieser Art von negativer Denke angehangen. Aber ich habe schon festgestellt, dass sich Dinge natürlich verändert haben. Und dass, sag ich mal, bestimmte Kenntnisse, die man vor 30 Jahren vielleicht tatsächlich voraussetzen konnte, heute nicht mehr unbedingt vorausgesetzt werden können. Dafür natürlich aber andere Dinge stärker ausgeprägt sind, als sie damals ausgeprägt gewesen sind. Und insofern finde ich es einfach interessant. So, um jetzt jemanden zu begleiten und zu schauen, wie jemand anfängt mit dem Studium und dann im Verlauf des Studiums sich so weiterentwickelt, dass hinterher eine ganz andere Persönlichkeit dabei rauskommt. Das ist schon wirklich richtig spannend. Wobei ich es persönlich auch immer sehr interessant fand, den Unterschied zu sehen zwischen dem, wie ich Studierende in meinen Veranstaltungen wahrgenommen habe und in anderen Kontexten. Und das waren manchmal wirklich zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten. Wenn ich die dann auf einmal auf der Bühne gesehen habe, wo sie dann gespielt haben oder sich in irgendeiner Weise produziert haben, ich gedacht habe, Mensch, jetzt entdecke ich eine Seite an dieser Studentin oder an diesem Studenten, die ich aus meinem Unterricht so gar nicht kenne. Ja. Aber wie gesagt, diese menschlichen Begegnungen, das ist das, was eigentlich spannend ist. Und wenn man dann das Gefühl hat, man kann da jemanden weiterbringen oder entwickeln oder eine Tür aufstoßen, ist das ganz wunderbar. Ja. Das ist auch wirklich, ich bin so froh, dass es solche Menschen wie dich auch noch an Hochschulen gibt oder überhaupt Menschen wie dich überhaupt gibt. Denn ich kenne auch so viele, denen das wirklich herzlich egal ist. Also ich kenne einfach zu viele Menschen, die sind auch so mit sich selber beschäftigt. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber es ist wirklich so, dass man dann merkt bei Dozenten oder bei Dozentinnen ist ganz egal, die dann wirklich so mit sich und mit ihrer Welt und auch so ein bisschen in ihrer Fantasiewelt leben, die überhaupt nicht diesen Blick haben. Weil ich habe den ja eben auch. Ich merke das bei meinen Schülern, ich merke das bei meinen Studienkollegen, dass ich dann denke, der Person kann man dann vielleicht eben eine Tür aufstoßen, auch in sich eine Tür aufstoßen. Weil zum Beispiel bei mir war das ja schon allein das Problem, dass ich gedacht habe, ich kann doch überhaupt keinen Workshop halten. Wie soll ich denn einen Workshop halten? Und dann hat damals mein Vater zu mir gesagt, Schatz, du unterrichtest, seit du 16 bist. Wieso sollst du denn keinen Workshop halten können? Du kannst doch reden. Und ich dann, ja, okay. Und allein diese ganzen Denkprozesse, die da losgetreten werden, dadurch, dass man diese eine Möglichkeit bekommt, das ist einfach so spannend und das ist das, was viele nicht verstehen wollen. Das muss nichts mit dem künstlerischen Hauptfach zu tun haben. Das muss auch nicht unbedingt was mit dem Offensichtlichen zu tun haben. Weil das, wo es mich jetzt hin verschlägt, hat in den letzten Jahren, das hat ja nichts unbedingt mit dem zu tun, was ich studiert habe. Also nicht viel. Ich kann aus meiner Erfahrung schöpfen, aber ich habe jetzt ja nicht studiert, wie man einen Podcast macht oder studiert, wie man... Obwohl, Texte schreiben habe ich tatsächlich auch bei dir mal gehabt, habe ich gerade gesehen. Ja, es gab eine Veranstaltung. Schreibwerkstatt hast du mal gemacht. Genau, Schreibwerkstatt. Da habe ich tatsächlich das Buch auch noch, das habe ich letztens benutzt, was du empfohlen hast, mit dem Lexikon der schönen Wörter. Das habe ich mir damals gekauft und das benutze ich nach wie vor bei Blogartikeln, weil ich ganz oft dann da sitze und denke, willst du jetzt unbedingt dieses Wort zum 500. Mal verwenden? Und stimmt, das habe ich mal gemacht. Aber ansonsten, ich meine, das war jetzt ja eben eine Ergänzungsveranstaltung. Sowas macht man ja nicht im Studium pflichtmäßig, sondern das ist ja, wenn man dafür Interesse hat. Sowas habe ich übrigens gerne gemacht, solche Ergänzungsveranstaltungen. Weil die natürlich auch die Möglichkeit geben, mir jenseits dem, was sein muss, das zu machen, was ich gerne mache. Und ich habe das meistens obendrauf gemacht. Also das sind dann Sachen gewesen, wo ich dann gar nicht aufs Deputat geguckt habe, sondern geschaut habe, da habe ich jetzt Lust zu. Und wenn es dann Studierende gibt, die auch Lust dazu haben, dann ist das eine ideale Kombination. Wie überhaupt die Lust, finde ich, an dem, was man tut und der Spaß, den man an einer Sache hat und daran gewinnt. Das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Und als ich eben so sagte, es ist eigentlich, die beglückendsten Momente sind die, wo man mit Studierenden zusammen ist, die einfach sich über eine gelungene Stunde freuen oder die über irgendwas Feuer gefangen haben, worum es ging. Dann ist das einfach, das ist das Größte. Ja, das stimmt. Das ist wirklich, ich merke das jetzt selber beim Unterrichten. Ich meine, ich mache jetzt momentan ja überwiegend Einzelschüler. Aber die wenigen Seminare oder Workshops, die ich an Hochschulen bisher gegeben habe, dieses Leuchten der Augen von Studierenden, jetzt auch online. Ich meine, das sieht man auch online. Das ist natürlich auf energetischer Ebene in einem Raum eine völlig andere Geschichte. Aber dieses Strahlen von Menschen, die einem dann wirklich so sagen, boah, danke für diese Stunde oder danke für diesen Workshop, der hat mir total geholfen. Das ist schon ein, also ich muss noch sagen, am Anfang habe ich wirklich nach so Workshops erst mal geweint. Weil ich bin einfach ein sehr sensibler Mensch. Und wenn ich dann merke, wie diese Energien und diese Emotionen zu mir kommen, dann muss ich das erst mal rauslassen. Wenn mir dann Nachrichten geschickt werden von Leuten, die sagen, ich höre einen Podcast seit Anfang an und ich habe das und das und das für mich umsetzen können. Weil im Prinzip mache ich ja nichts anderes wie kleine Mini-Vorlesungen ja jede Woche zu ganz unterschiedlichen Themen. Also da gucke ich ja, was ich so mache. Und ich habe jetzt auch ganz oft die Nachricht bekommen von Leuten aus Lübeck, aus Freiburg, aus München. Mittlerweile hören da quer durch Deutschland Studierende zu. Die sagen, boah, von dir würde ich mir wahnsinnig gerne mal eine Vorlesung anhören. Ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass man tatsächlich selbst Dinge bewegen kann, Dinge in Menschen bewegen kann, Dinge anstoßen kann. Ja. Das ist einfach, ja das hat ja ein bisschen auch was mit dem Sinn dessen zu tun. Total. Was wir da eigentlich machen. Wozu machen wir das eigentlich? Ja. Das ist ja nicht Selbstbefriedigung, sondern es geht ja darum, wirklich jetzt Dinge weiterzuentwickeln, Menschen weiterzuentwickeln, künstlerische Entwicklungen zu befördern, den Blick von Studierenden zu weiten auf Dinge, die es jenseits des Studiums noch gibt. Und das ist sicherlich so, dass natürlich dazu auch Lehrer in unterschiedlicher Art und Weise in der Lage sind. Ja. Das ist ganz klar. Das ist die Frage, wie sehr sie einfach auch mit dem, was sie tun, auf sich selbst fixiert sind. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mein Vorgänger Dieter Kreidler, nachdem ich dann gewählt wurde, mir sagte, also, der hatte so ein bisschen reinisch-hemdsärmliche Art. Ich kenne den ja. Also jung sagt er, jetzt bist du also gewählt und jetzt musst du gucken, wie das so alles klappt. Du musst dir klarmachen, du hast jetzt zu tun mit so einem Käfig voll mit bunten Vögeln. Damit meinte er die Kolleginnen und Kollegen. Und er sagt, du wirst das dann gut machen, wenn du bei jedem immer ganz streng auf die Qualitäten schaust. Und nicht auf das, was drumrum ist. Weil jeder von denen hat seine Qualitäten, große Qualitäten, und das ist das, was du im Blick haben musst. Und wenn du das tust, und da spielt natürlich dann sozusagen diese menschliche Komponente ja wieder auch eine Rolle, dann wird das gut gehen. Und in dem Sinne, denke ich, ist es ja dann auch gut gegangen. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt ein bunter Vögel. Ja, ich denke da gerade an meinen Professor. Den interviewe ich demnächst auch noch. Aber ja, das stimmt. Man darf halt, ich finde auch, wenn man in so einer Führungs-, Leitungsposition ist, dass man einfach da sehr auf das Positive von den Menschen gucken muss und deren Stärken. Also, weil das ist einfach das, was ich ganz oft erlebe, auch in Unternehmen so von Freunden, die halt nicht in der Musikbranche sind, die mir das erzählen, dass sie dann mit Aufgaben irgendwie genervt werden, die sie gar nicht so gut machen können und auch nicht so Lust drauf haben. Und jemand anderes in der Abteilung hätte aber total Lust, das zu machen. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass man Leute etwas tun lässt, also über längeren Zeitraum, was sie gar nicht machen wollen, wo sie gar keine Lust zu haben. Die einfach dann demotiviert zur Arbeit kommen, wo andere das viel besser könnten. Dass man eben diese Stärken, ich meine, das ist bei Hochschuldozenten ja meistens schon damit begriffen, dass sie ihr Fach unterrichten und es ist nicht so, dass sie groß mit Aufgaben überschüttet werden, auf die sie gar keine Lust haben. Wenn sie nicht in einem Gremium arbeiten wollen, dann finde ich es immer besser, wenn sie es nicht machen. Weil das, was ich, es gibt nichts Schlimmeres in Gremien, da habe ich jetzt oft genug drin gesessen, so als so stille Zuhörer, die aber auch gar nichts sagen. Weil ich dann sage, ja dann ist die Frage, denkt die Person mit oder sitzt sie irgendwie nur so vegetativ da? Weil man halt gesagt hat, in meinem Vertrag steht, ich muss in so einem Gremium sitzen. Und die hat aber vielleicht eine ganz andere Qualität. Also das finde ich sehr spannend. Ich habe eine Frage, ich könnte mir vorstellen, was die Antwort ist. Aber hättest du mit Anfang 20 gedacht, dass du mal Rektor werden würdest? Oder in dem Fall geschäftsführender Rektor von einer Hochschule? Nein, habe ich nicht gedacht. Ich habe das auch gar nicht im Blick gehabt. Ich wollte einfach in einer Hochschule unterrichten. Das war eigentlich das Ziel. Weil ich dachte, da kann ich das, was mich interessiert, auf einem Niveau tun, was ich persönlich angemessen finde. Das ist bei Schule ja immer so. Ich habe die Erfahrung ja gemacht in der Referendarzeit. Also als Musiklehrer habe ich eigentlich nur überlebt, weil ich gleichzeitig in derselben Klasse Latein hatte. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein. Nein. Sondern das Interesse muss ja sozusagen aus sich selbst heraus entstehen. Und da hatte ich immer das Gefühl, das wird am ehesten an einer Musikhochschule dann auch möglich sein, weil ich es da mit Menschen zu tun habe, die eben Musik machen wollen und nichts anderes. Im Prinzip stimmt das auch so. Also ich habe damals nicht daran gedacht, irgendwie eine Form von Leitung zu übernehmen. Ich denke jetzt, nachdem ich das ja dann über zwölf Jahre lang gemacht habe, das hat jetzt ein bisschen was mit dem Abschied von der Hochschule dann auch zu tun. Ich denke, es ist so schade, dass jetzt, wo ich glaube, dass ich es eigentlich ziemlich gut kann, ich damit aufhöre. Weil natürlich sind das Lernprozesse, die man auch da absolviert. Ich glaube, dass ich am Schluss natürlich auch wesentlich souveräner mit Situationen umgegangen bin. Gerade auch mit den personellen Dingen, die ja eine ganz, ganz wichtige Komponente in so einer Leitungsfunktion sind. Man hat immer mit Leuten zu tun, es gibt Kontroversen, es gibt unterschiedliche Interessen. Das muss man moderieren. In der eigenen Bewertung der betreffenden Personen muss man ja auch sehr vorsichtig sein, weil man hat natürlich immer einen bestimmten Blick auf die Dinge. Aber ich meine, wer ein bisschen mit Psychologie zu tun hat, weiß, dass dieser Blick auf andere Menschen ja häufig sehr stark von Projektionen geprägt ist. Also warum lehne ich an einer Person eigentlich genau das so sehr ab? Warum nervt mich genau das so? Und liegt es vielleicht einfach daran, dass das eine Seite ist, die ich eigentlich wahnsinnig gerne auch hätte, die ich aber selber nicht leben kann? Nicht leben, ja. Also da muss man ja sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und da lernt man im Laufe der Jahre einfach sehr, sehr viel dazu. Oder auch wie man halt eben sich geschickt in bestimmten Situationen verhält, was Kommunikation angeht. Weil das ist an Hochschulen wirklich ein großes Manko bisher gewesen, dass alle die Menschen, die in Leitungsfunktion kommen, das normalerweise gar nicht gelernt haben. Ja. Die Dekane, die gewählt werden, die geschäftsführenden Direktoren, Direktoren oder Dekaninnen, die haben das nie gelernt. Die sind sozusagen in ihrem Fachgebiet zu Hause und irgendwann werden sie gewählt und dann geht's los. Und erst in den letzten Jahren fängt es an, sich so eine Kultur zu entwickeln, bei der man weiß, das muss man auch irgendwie ein bisschen gelernt haben. Ja. Das ist manchmal an Hochschulen anders, die dann halt eben externe Auswahlverfahren haben, wo dann Leute kommen, die halt eben auch mit Management zu tun hatten. Aber die HFMT ist ja eine Hochschule, bei der alle Leitungspositionen bisher immer aus dem Lehrkörper heraus besetzt worden sind. Ergo sind es Menschen, die es alle eigentlich nicht gelernt haben, sondern es im Verlauf ihrer Amtszeit dann halt eben lernen. Ja, das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man, also vor allem ich persönlich habe das jetzt auch vor kurzem mir, so da ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, gedacht, stimmt, man lernt das ja eigentlich nicht. Also man kann das natürlich lernen, es gibt Möglichkeiten, man kann Weiterbildungen machen, man kann natürlich auch persönlich sich dann da entwickeln, aber im Prinzip, das ist wie wir auf der Bühne mal nennen, das nur durchs Machen. Also ich persönlich merke das beim Unterrichten ist es so, bei der Bühne ist es so, es wird bei Leitungspositionen genauso sein. Ich merke das jetzt als Studierendenparlamentspräsidentin. Ich habe das jetzt im zweiten Jahr viel entspannter gemacht als im ersten Jahr. Und das waren jetzt nur zwei Jahre. Und wo ich merke, man ist dann schon im zweiten Jahr mit vielen Problemen, kann man souveräner umgehen. Man bekommt nicht direkt irgendwie einen halben Herzinfarkt, wenn man eine E-Mail liest, wo man denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Weil natürlich am Anfang weiß man ja erstmal gar nicht, was man zu tun hat. Und unter Umständen kann man jemanden fragen, aber vielleicht auch nicht, wenn man niemanden mehr hat, den man fragen kann. Ja, und gerade am Anfang ist es schon auch so, dass dann natürlich die Situationen auftauchen, über die man halt eben selbst keine eigene Erfahrung hat. Und es da hilfreich ist, wenn man entweder jemanden hat, den man fragen kann, oder aber tatsächlich halt für so eine Anfangssituation halt auch einfach ein bisschen einen Plan hat. Da hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen Kultur entwickelt. Es gibt ja das Netzwerk der Musikhochschulen in Deutschland, die entsprechende Angebote machen auf unterschiedlichen Ebenen, auch für Lehrende, wie man halt eben besser unterrichtet, wie man sein eigenes Unterrichten auch mal ein bisschen evaluiert und hinterfragt. Da gibt es also schon ja viele Möglichkeiten und da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, wenn man eine solche Leitungsfunktion anstrebt, sich da entsprechend fortzubilden. Aber das gab es damals halt eben nicht. Und insofern ist das Learning by Doing gewesen. Und ja, jetzt wo ich es kann... Bist du raus? Ja, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man so denkt, okay, jetzt habe ich es raus, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt bin ich in Rente. Aber das finde ich auch gar nicht... Also es ist natürlich eine Erkenntnis dann, wo wir bei Erkenntnissen sind, weil ich das auch gerne gerade von jemandem wissen möchte, der jetzt schon viele, viele, viele Jahre Studierende unterrichtet hat. Hast du für dich Erkenntnisse gesammelt über Studierende in deiner Zeit als Lehrer? Also du warst ja mal Student, Studenten nehmen ihr Studium anders wahr, wie die, die dann Leute unterrichten. Also hattest du Erkenntnisse über Studierende jetzt nicht im Einzelnen, sondern wie die ihr Studium gestalten? Du hast eben ja schon gesagt, dass sich das verändert hat in den letzten 30 Jahren. Das bin ich sehr sicher, dass auch mit Digitalisierung zu tun hat. Ich glaube, du hast vor 20 Jahren nicht den Leuten sagen müssen, dass sie ihr Handy ausmachen sollen im Unterricht. Weil das war zum Beispiel, du warst der einzige Lehrer, das muss man auch mal sagen, den ich hatte, der das ganz klar kommuniziert hat am Anfang, der gesagt hat, ich möchte bitte, dass sie ihre Handys in der Tasche lassen. Und das nicht irgendwie zur Normalität wird, dass man das Handy da neben seinem Zettel hat, wo man was aufschreibt. Und ich hatte ja davor schon zweieinhalb Jahre in Mainz studiert, da hat das keiner gemacht. Und ich kam nach Wuppertal und habe meine erste Musikwissenschaftsvorlesung bei dir gehabt und dachte, Jesus, endlich gibt es mal einen, der das einfach sagt und auch einfordert und ganz klar sagt, nein, ich möchte nicht, dass sie ihr Smartphone da liegen haben, während ich ihnen hier was erzähle. Weil jeder Depp weiß ja, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, wenn das da liegt. Dann klingt da auf einmal eine E-Mail auf und ach, mein Professor hat mir geschrieben. Ja, ich meine, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es wahrscheinlich trotzdem genug Leute gab, die dann unterm Tisch irgendwie das Handy hatten. So wie das in der Schule schon mit den Zeitungen war, wo es immer hieß, man soll die Zeitschriften wegpacken und dann hatte trotzdem einer noch so irgendwie die Zeitung unterm Tisch. Aber das hattest du ja zum Beispiel nicht vor 20 Jahren, das Phänomen. Also es kommt ja auch nicht darauf an, vielleicht um gerade bei dem Beispiel mit dem Handy noch zu bleiben, dass man sich dann da hinterher als Polizist aufspielt. Nein. Mir ist es wichtiger, einfach diese Botschaft einfach mal zu verkünden. Ich möchte bitte in der Zeit, in der wir hier beisammen sind, die uneingeschränkte Aufmerksamkeit haben. Wobei es immer Situationen geben kann, bei denen es auch mal anders sein muss. Ich habe auch mal um Verständnis darum gebeten, dass ich mein Handy anlassen muss, weil ich einfach auf einen sehr, sehr wichtigen Anruf gewartet habe, also der jetzt auch nichts Privates war, sondern mit der Hochschule zu tun habe. Wenn ein Studierender oder eine Studierende sagen würde, also ich warte auf eine ganz wichtige Nachricht, kann ich das bitte liegen lassen? Ja. Ich stelle es auf stumm und dann sehe ich, wenn es halt eben leuchtet oder so, würde ich ja nie sagen, nein, das geht nicht. Ja. Aber diese Selbstverständlichkeit, mit der viele halt eben denken, dass man da immer irgendwie online sein muss und gucken muss, wer sich jetzt gerade wieder gemeldet hat, das geht einfach nicht und das stört den Unterrichtsablauf. Und wenn dann irgendjemand anfängt, ja, ist dann unterm Tisch halt irgendwie zu machen, dann wie gesagt, dann so what? Ja. Dann ist das dann halt eben so, weil wie gesagt, ich fühle mich da nicht als Polizist. Nee, nee. Also was sich verändert hat, das ist schon, glaube ich, und das würde ich jetzt aber gar nicht unbedingt auch wieder bewerten wollen, im Sinne von besser oder schlechter, das ist eine Form von Aufmerksamkeit, die ich natürlich als Dozent erstmal als etwas Positives erlebe, wenn ich da vorne sitze oder stehe und ich habe das Gefühl, alle hören mir einfach zu. Das ist natürlich ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite darf man sich auch nichts darüber vormachen, dass es auch früher sicherlich so gewesen ist, dass alle, die da gesessen haben, nicht unbedingt zugehört haben, sondern vielleicht auch gerade so einen internen Schlaf des Gerechten geschlafen haben. Also einem das Gefühl vermittelt haben, dass sie zuhören und letztendlich aber auch nicht bei der Sache sind. Also ich denke, da hat sich vielleicht schon ein bisschen etwas verändert. Aufmerksamkeit ist einfach wesentlich breiter gestreut. Ich habe manchmal in meinen Veranstaltungen, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht mal in einer Veranstaltung war, bei der du dabei gewesen bist, morgens um neun, wenn ich dann so merkte, da ist eigentlich noch nicht so sehr viel im Kopf in Bewegung, dann so ein bisschen provozierend gefragt, ob sich eigentlich alle darüber im Klaren sind, was für ein wahnsinniges Privileg wir hier haben, dass wir um neun sitzen und uns mit so einem wunderbaren Gegenstand beschäftigen dürfen, während andere schon seit sechs Uhr irgendeinen Bus oder eine Schwebebahn durch die Gegend fahren oder halt eben als Müllwerker arbeiten und dieses tun. Und wir beschäftigen uns einfach mit so wunderbaren Dingen wie mit Musik. Also da scheint mir ein bisschen Aufmerksamkeit oder Bewusstsein dafür, dass das so etwas Besonderes, so etwas Kostbares ist, ein bisschen verloren gegangen zu sein. Aber jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ja, das ist eben heute auch einer von den Punkten, wo es schlechter geworden ist und wozu machen wir das eigentlich alles. Die andere Möglichkeit ist die und das, was ich immer bevorzugt habe, zu sagen, ja, wenn das jetzt so ist, dann ist das so und dann ist das schade, aber dann müssen wir jetzt genau damit leben und müssen darauf eingehen und müssen die Leute halt eben da abholen, wo sie abzuholen sind. Ich erinnere mich an Situationen aus Eignungsprüfungen im Bereich Tonsatz, wo ein Kollege von mir seit Jahren darüber jammert, dass die Studierenden heute wesentlich schlechter vorbereitet sind, als sie das vor Jahren gewesen sind. Damit scheint er recht zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass die Qualität in der Vorbereitung nicht so gut ist, wie das früher gewesen ist, aber es nützt nichts. Natürlich kann ich jetzt mich darüber beklagen und kann sagen, die Welt ist schlecht. Aber das ist unproduktiv. Ich kann nur sagen, gut, dann ist die Vorbereitung jetzt schlechter, dann müssen wir das halt eben an der Hochschule irgendwie ein Stückchen weit kompensieren. Oder derselbe Kollege, der mir auch gesagt hat, ja, also wir nehmen natürlich nur die Besten. Da habe ich gesagt, du, gerade an den Besten habe ich gar nicht so ein Interesse. Ich möchte gerne die weiterentwickeln, die auch ziemlich gut sind, aber eben noch nicht die Besten sind, weil da ist eben auch noch ein entsprechendes Potenzial. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich mit den Bedingungen, die man hat, dass sie einem nicht gleichgültig sind, aber dass man sich mit ihnen schlussendlich dann produktiv arrangiert, um halt eben aus so einer Negativschleife rauszukommen. Und insofern habe ich diese Veränderung, die ich durchaus wahrnehme, halt eben niemals als etwas, das hat für mich niemals dazu geführt, dass ich dachte, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ne, es hat mich eigentlich eher unter Umständen sogar ein bisschen angestachelt im Sinne von jetzt erst recht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch öfter, also ich habe von dir einige Musikwissenschaftsvorlesungen noch in Erinnerung. Jetzt nicht nur wegen dem Inhalt, sondern weil mir eben genau diese auch so Subtext-Nachrichten, die dann immer wieder kommen, so gar nicht, weil ich nicht weiß, ob das bewusst gemacht ist oder nicht, eben sowas wie, dass man sich das mal klar macht, wie dankbar wir eigentlich sein können, dass wir das hier machen dürfen oder solche Geschichten. Weil gerade solche Sätze bleiben halt viel eher hängen oder solche Nachrichten in dem Sinne, die dann reinkommen. Weil ich glaube auch, dass dieses leicht Aufmerksamkeitsproblem, was viele haben, das ist jetzt nicht nur mit der Digitalisierung zu erklären, das hat verschiedene Gründe, aber ich meine diese verschiedenen Möglichkeiten, seine Aufmerksamkeit überall hinzulenken, die gab es halt damals einfach nicht. Und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, da gehen aber auch viele unterschiedlich mit um. Weil ich habe zum Beispiel kein Aufmerksamkeitsproblem, überhaupt nicht. Hatte ich nie. Ich habe damit kein Problem, in einer Vorlesung zu sitzen und diesem Dozenten, der Dozentin anderthalb Stunden zuzuhören. Und ich verwende diese Medien sehr viel. Also kann man es damit ja schon mal nicht einfach gleichsetzen, sondern ich glaube, dass ich habe mit vielen Studierenden gesprochen, die zum Beispiel Nebenfächer halt einfach als nicht wichtig erachtet haben. Also sei das jetzt Musikwissenschaft oder die Theoriefächer. Und da bin ich immer die Erste gewesen, die gesagt haben, ja und wie machst du das dann später, wenn du deinen Schülern irgendwas erzählen willst, außer wie sie ihr Instrument bedienen sollen? Weil für mich ist das zum Beispiel ganz selbstverständlich, dass Musikgeschichte ein Teil meines Unterrichts ist. Und ich kann das ja nur dann wiedergeben, wenn ich das irgendwann mal selber gelernt habe. Also ich kann ja nicht irgendwie wegen jedem Kram irgendwie was nachgucken müssen, wenn ich im Unterricht sitze, sondern ich möchte das Wissen haben, dass wenn ich einem Schüler eine Mozart-Sonate unterrichte, dass ich dem auch was über Mozart erzählen kann. Das ist aber halt Teil der Musikwissenschaft. Das heißt, ich glaube, was auch vielen nicht klar ist, ist diese Wichtigkeit. Man muss nicht in allem gut sein, aber man sollte sich vielleicht ein bisschen breiter bilden, als das heute der Fall ist. Das hat auch, darauf wollte ich mich auch noch hinaus, das hat natürlich auch was mit den Studiengängen zu tun, die wir heute haben. Weil ich kann mich erinnern, dass Matthias Franke mal zu mir sagte, der hat ja auch Schulmusik damals studiert und dann Tonsatz bei Dieter Delamotte. Der hat irgendwann mal zu mir gesagt, die Zeit, wie wir studiert haben, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Unter den Umständen, wie wir jetzt Bachelor- und Masterstudenten durch dieses Studium getrieben wären, wie ein ICE. Also das kann ich nur bestätigen, weil ich habe ja eben in den 70er Jahren studiert. Und Studieren war damals wirklich etwas privilegiert, gemütliches im besten Sinne des Wortes. Also man hatte einfach mehr Zeit. Und diese Zeit haben wir wirklich sehr produktiv auch genutzt für die Weiterbildung. Also ich weiß, dass zum Beispiel mein Hornlehrer damals, Erich Penzel, gesagt hat, wenn irgendwie ein Konzert damals im Gürzenich gewesen ist, da gab es ja die Philharmonie noch nicht. Er sagte, heute Abend spielt das und das Orchester im Gürzenich und ich erwarte von Ihnen, dass Sie da hingehen und sich das anhören. Das wurde einfach als Anspruch formuliert. Und das haben wir gemacht, also nicht nur in dem Fall, weil ich ihn auch als Autorität empfunden habe und gedacht habe, wenn Penzel sagt, da muss man hingehen, dann gehe ich da hin. Sondern auch, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich kann mir das zeitlich aber auch irgendwie leisten, weil ich bin nicht so zugetaktet, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wann ich mich noch tatsächlich einfach mal so mit Musik beschäftigen soll. Weil es immer unter irgendwie der Prämisse ist, es muss den Zweck haben und ich muss jene Veranstaltung besuchen und ich muss das abliefern. Sondern wir mussten natürlich auch abliefern, gar keine Frage. Das war ja kein Larifari-Studium, aber es war einfach mehr Muße. Es war mehr Zeit, miteinander umzugehen. Es war mehr Zeit, miteinander Dinge gemeinsam zu tun, in Konzerte zu gehen, sich hinterher zu treffen, um sich darüber auszutauschen. Insofern gemütlich im besten Sinne des Wortes, weil das hat ja auch einfach Freude gemacht und das hat einen erfüllt. Und das hat sich sicherlich verändert. Ich meine, von der jetzigen Corona-Situation darf man natürlich jetzt da gar nicht reden, weil das ist ja wieder ein ganz anderes Ding. Aber ich meine, das ist ja, wenn man jetzt mal an die Zeit vor anderthalb Jahren denkt, die uns das jetzt beschäftigt, hat sich da einfach auch wirklich viel, viel verändert. Und da erlebe ich die Studierenden und das muss ich ihnen dann einfach auch zugute halten, wenn ich feststelle, da ist vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit. Naja, wenn ich einen so dicht gedrängten Stundenplan habe, dann leidet die Aufmerksamkeit auch einfach ein bisschen. Ja, das ist es nämlich. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe das in Mainz vor allem gehabt, weil ich habe ja mein Studium da in fünf statt sechs Semestern gemacht. Das heißt, ich habe wirklich alles, was mir normalerweise noch verlängert, die meisten Leute verlängern ja ihr Studium auch dann um ein oder zwei Semester. Das ist ja auch keine Seltenheit, das nochmal am Rande gesagt für alle, die zuhören, die sich denken, oh Gott, kann ich mein Semester verlängern? Natürlich. Das machen so viele. Ich kenne also in meinem Jahrgang allein in Wuppertal haben, glaube ich, 70 Prozent der Leute mindestens ein Semester verlängert. Also die, die mit mir angefangen haben, haben nicht mit mir alle den Bachelor abgeschlossen zu dem selben Jahr. Und in Mainz war es aber so, da ich da so, da ich da so dicht war, weil ich eben die letzten zwei Semester in eins gepackt habe, da habe ich das gemerkt, dass man halt wirklich, also es war bei mir kein Aufmerksamkeitsproblem, sondern ich war einfach irrsinnig gestresst, dadurch, dass ich so viel hatte und so viele Sachen auf dem Schirm, Examsarbeit und Konzerte vorbereiten und Prüfungen hier. Und wir hatten in Mainz etliche Prüfungen. Also das, was wir heute im Bachelorstudium machen, das ist ein Witz gegen das, was ich da in der staatlichen Musiklehrerprüfung in Mainz abgelegt habe, weil ich hatte in jedem Fach eine mündliche oder schriftliche Prüfung. Nichts mit, ich muss eine Hausarbeit abgeben oder ein Referat machen in Musikwissenschaft. Ich musste eine mündliche und schriftliche Musikgeschichtsklausur und dann eben danach noch mündlich geprüft werden. Ich wurde in allen Fächern durchgeprüft. Wenn man auf mein Zeugnis da auf der Rückseite guckt, sieht man, ich glaube, wie auf so einem Abiturzeugnis, elf Noten. Das heißt, man hat überall auch eine Bewertung bekommen, nicht irgendwie bestanden, nicht bestanden. Und das allein diesen Vergleich zu haben, als ich dann von dieser staatlichen Musiklehrerprüfung ins Bachelorstudium gewechselt bin, habe ich mir gedacht, okay, ich hatte halt schon sehr viel gemacht, deswegen war mein Bachelorstudium sehr entspannt. Aber das von den anderen, die dann noch Profil, Pädagogik zum Beispiel dazu belegt haben, das ist Irrsinn, was die dann in einem Jahr zum Teil an Kursen belegen müssen. Dann Studienleistung hier und dann jenes und dann noch eine Exkursion und dann machen wir noch das. Und dann fehlt die Zeit, um sich, wie du das gerade sagtest, in Ruhe weiterzubilden. Dass man so zum Beispiel auch seine Interessen vielleicht mehr rausbekommt und merkt, okay, ich bin vielleicht jetzt nicht so der Musikwissenschaftstyp, ich habe ja auch drei Semester Musikwissenschaft studiert, das wissen viele gar nicht, in Mainz an der Universität und habe gemerkt, das ist gar nicht mein Ding. Also das Thema schon, aber die Arbeit, die Musikwissenschaftler später machen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Da habe ich dann einfach mich wieder exmatrikuliert und habe gesagt, nee, also bei aller Liebe. Aber irgendwie sich 20 Seiten darüber auszulassen, ob die Analyse jetzt von dem oder von dem besser ist. Also es war bei mir wirklich, ich hatte auch so ganz seltsame Dozenten zum Teil, ich dachte, Gott, nein. Und dann kam ich in dein Musikwissenschaftsunterricht und das war eine völlig andere Nummer, wo ich einfach mal dachte, und jetzt sind wir natürlich nicht Musikwissenschaftsstudenten gewesen, sondern künstlerisch und pädagogisch Studierende. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass dieses keine Zeit zu haben, weswegen ich diesen Podcast ja mache, weil die Leute keine Zeit mehr haben, die fühlen sich gedrängt und getreten durch das Studium und dann müssen wir irgendwie und in acht Semestern musst du dann deinen Bachelor abschließen. Und dann gibt es Leute, die erzählen mir, sie haben damals 17 Semester einen Studiengang studiert. Und da sage ich, wie jetzt? 17 Semester? Das war ja das, was ich am Anfang sagte, als ich an die Hochschule kam. Da waren Menschen, die waren einfach älter als ich, weil die hatten halt eben einfach ewig studiert. Ja, und das war aber auch kein Problem zu dem Zeitpunkt. Da gab es einfach keine Regelstudienzeit. Da hat man das, und das hat auch, das fand ich auch so spannend, das hat Matthias mir auch irgendwann gesagt. Er war in Psychologievorlesungen, in Religion, Theologievorlesungen. Die hat er gar nicht studiert, diese Fächer, also als Hauptfach. Ja, das war man als Studium Generale bezeichnet. Genau. Das hatte damals einfach noch einen anderen Stellenwert. Ja. Und als man damals umgestellt hat von den Diplom-Studiengängen auf die Bachelor-Studiengänge, hat man gedacht, man müsste jetzt irgendwie alles besser machen. Ja. Und das Bessermachen bedeutet halt eben von allem irgendwie mehr machen. Ja. Und das kann nicht funktionieren. Ja. Also deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, inhaltlich meine Veranstaltungen ein bisschen umzubauen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass eine meiner ersten Musikwissenschaftsveranstaltungen 85, 86 ein ganzes Sommersemester war, in dem ich mich mit der Matthäuspassion von Bach beschäftigte. Auch. Ein sehr ambitioniertes, hochspannendes Thema. Ja. Natürlich, diese Veranstaltung hätte ich aber jetzt in der Gegenwart nicht mehr gemacht, weil mir einfach klar geworden ist, dass es keinen Sinn hat, so sehr in dem Punkt in die Tiefe, ins Detail zu gehen, sondern es einfach viel, viel wichtiger ist, Überblicke zu geben, damit man Dinge einordnen kann und Zusammenhänge herstellen kann. Und so faszinierend das sein mag, jetzt wirklich ein Stück mal wirklich ganz von innen zu betrachten, und das ist natürlich faszinierend, sich so richtig reinzubohren in ein solches Werk und in einen solchen Komponisten, ist das unter den Bedingungen, die wir gegenwärtig haben, sicherlich nicht sinnvoll. Wenn jemand, weil wenn irgendjemand ein Interesse hat, sich in eine Sache dann so hineinzubohren, dann wird er oder sie das auch tun. Ja. Aber das jetzt halt eben sozusagen vorzugeben im Unterricht, das halte ich nicht für sehr, sehr sinnvoll. Und ich glaube, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die das Fach unterrichten, das in der Art und Weise auch nicht gemacht haben. Also, weil du eben davon sprachst, dass Musikwissenschaftler so dazu neigen, sich in so bestimmte Themen reinzuwuseln. Ich erinnere mich an ein Thema in meinem Musikwissenschaftsstudium. Da hatte ein Dozent eine Veranstaltung, die ein ganzes Semester lang ging, unter das Thema gestellt, der Pralltriller bei Carl Philipp Emanuel Bach. Oh Gott. Das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema, je nachdem von welcher Seite aus man das betrachtet. Ich habe diese Veranstaltung nicht besucht, sondern habe stattdessen eine Veranstaltung besucht, die sich mit den Kompositionen des jungen Mendelssohn beschäftigte, was ich viel, viel interessanter fand. Also Musikwissenschaft neigte manchmal dazu. Ich glaube, dass sich das aber auch verändert hat. Und wenn ich so schaue, was meine Kolleginnen und Kollegen mache, dann versuchen die eigentlich auch wirklich den Blick zu weiten und zu zeigen, wohin der Blick dann auch gehen kann. Ja, da hatte ich vielleicht auch einfach ein bisschen Pech. Weil die Musikwissenschaftsabteilung an der Mainzer Universität ist eine sehr gute. Es lag nicht daran, dass die Abteilung nicht gut war oder so, im Gegenteil. Aber ich habe dann für mich damals schon festgestellt, okay, ich bin dann doch eher das Bühnentier, wirklich in voller Blüte, als dass man mich jetzt irgendwie mit wissenschaftlichen Texten an einem Laptop findet. Da muss man sagen, das war 2014, 15. Das sehe ich heute schon wieder anders. Ich würde zwar heute trotzdem kein Musikwissenschaft studieren, aber ich mache jetzt ja genau das. Ich verfasse ja Texte. Ich verfasse sie nicht wissenschaftlich unbedingt. Ich gebe Quellen an, wenn ich sie verwende, aber es ist jetzt ja kein wissenschaftlicher Text, wenn ich einen Blogartikel veröffentliche. Aber das hätte ich mir vor fünf Jahren auch nicht gedacht, dass ich da sitze und Texte schreibe. Weil ich habe dann gesagt, nee, ich will auf die Bühne, ich will auf die Bühne und das habe ich ja dann auch gemacht. Aber dann habe ich auch gemerkt, okay, bei aller Liebe zur Bühne, die Energie habe ich gar nicht, das den ganzen Tag zu machen. Also das ist ja auch das, wo man dann wiederum in einen anderen Studiengang reinschnuppert und dann stellt man fest, okay, könnte ich 90 Konzerte im Jahr spielen? Will ich das überhaupt? Also, und dann geht es dann eben los, dass man als Student oder als Studentin anfängt zu überlegen, wie will ich eigentlich mein Berufsleben bilden? Und da ist jetzt so meine letzte, ich sage mal, studientechnische Frage. Hattest du das Gefühl in den Jahren, in denen du unterrichtest hast, dass man die Studierenden wirklich auf das Berufsleben vorbereiten kann? Oder hat das mehr auch was damit zu tun, wie sie dann selber das reflektieren? Also ich meine jetzt dieses, ich sage mal, Lehre versus diese Entwicklung von einem Studierenden, was mache ich eigentlich danach? Weil dafür ist ja eigentlich auch keine Zeit, in den Bachelorstudiengängen zu sagen, was möchtest du eigentlich nach dem Studium tun? Die Frage wird dann im Bachelorkonzert gestellt. Also hattest du das Gefühl, dass man das kann durch Lehre oder ist das eher was, was so dabei passiert nebenher? Also ich glaube schon, dass man das durch Lehre auch kann. Und zwar ist es ja so, dass Musikhochschulen bis vor einigen Jahren sicherlich eher davon entfernt gewesen sind, Studierende sehr praxisorientiert auf ihr Studium vorzubereiten. Es gibt auch bis heute Kolleginnen und Kollegen, die den Wert dessen ein bisschen zumindest relativieren. Weil sie sagen, also unser Gegenstand Musik, diese Ausbildung auf einem ganz, ganz hohem Niveau ist etwas so Komplexes, dass wir es uns eigentlich nicht leisten können, die wenige Zeit, die wir haben, zum Beispiel im Bachelorstudium, und das ja immerhin schon acht Semester ist gegenüber den Bachelorstudiengängen an den Universitäten. Wir haben ja schon acht Semester, aber die Zeit ist eigentlich zu kostbar, als dass wir sie für etwas anders verschwenden können, in Anführungszeichen, als das, was ureigentlich mit dem Medium Musik zu tun hat. Ich denke da ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, Studierende halt auch im Verlauf ihres Studiums schon auf ihre Berufswirklichkeit vorzubereiten. Das war bis vor etlichen Jahren, muss man aber auch sagen, an Musikhochschulen überhaupt gar kein Thema. Und das ist im Verlauf der letzten fünf Jahre verstärkt eigentlich erst aufgekommen, ausgelöst durch einen Prozess, der in den 2010er Jahren begann, als man auf einmal anfing, ein bisschen die Sinnfrage nach den Musikhochschulen zu stellen. Das war so in den Jahren 2013, 14, 15, 16. Da ging es ja um die Frage, gerade in Baden-Württemberg, ob Musikhochschulen geschlossen werden sollen. Also Trossingen war ja damals sehr stark im Gerede. Karlsruhe war im Gerede. Auch über Mannheim wurde gesprochen. Sind das Hochschulen, die tatsächlich alle bestehen bleiben sollen? Und ich glaube, dass diese Frage, ob alle Musikhochschulen in Deutschland auf Dauer bestehen bleiben werden, auch noch nicht zu Ende diskutiert ist. Auf jeden Fall in dem Kontext, an dessen Ende dieses Prozesses ja stand, dass diese Musikhochschulen tatsächlich erhalten geblieben sind, dass sie nicht geschlossen wurden, stand die Erkenntnis, wir müssen aber in Zukunft auf der einen Seite uns versuchen, ein bisschen stärker zu spezialisieren, dass nicht alle halt eben alles machen. Und wir müssen einfach darauf Rücksicht nehmen, dass Studierende in Zukunft in Bereichen tätig sein werden, die nicht mehr so eindeutig vorgegeben sind, wie das in der Vergangenheit für viele selbstverständlich der Fall gewesen ist. Und da hat schon ein Umdenkungsprozess angefangen, der immer noch im Gange ist, der alle Hochschulen in Deutschland in unterschiedlicher Weise auf die Spur gebracht hat, sich mit der Frage zu beschäftigen, was kann man halt über das Musikstudium im engsten Sinne hinaus eigentlich tun, um die Studierenden hinterher fit zu machen. Und ich glaube, dass der Standort Huppertal in der Diskussion innerhalb der HFMT Köln auch durchaus etwas Produktives für die ganze Hochschule gebracht hat, weil wir dann irgendwann gesagt haben, das ist doch so ein Ding, was wir uns eigentlich auf die Fahne schreiben könnten. Wir hatten immer schon sehr stark diesen Praxisbezug. Und ich weiß, als wir das zum ersten Mal im Senat vorgestellt haben, als ein Profil für den Standort Huppertal eine Kölner Kollegin sagte, sagte, das finde ich toll, das möchte ich für uns in Köln auch haben. Und ich damals gesagt habe, ja, das verstehe ich gut. Es ist auch etwas wahnsinnig Richtiges und etwas Wahnsinniges Wichtiges. Und insofern denke ich schon, da hat einfach ein Umdenken stattgefunden. Es wird mehr als selbstverständlich akzeptiert, dass man sich breiter umtun muss, dass man sich nicht einfach nur in dieser kleinen, engen Blase bewegen darf. Aber die Frage, wie weit das gehen darf, weil es natürlich Zeit kostet in diesem ohnehin eng begrenzten Bachelor-Stunden-Kontingent, die Frage ist berechtigt. Die darf man nicht geringschätzen. Ne, neben allem ist es ja eh schon so eng getaktet. Das ist es ja. Also wenn man sich die Studierendenverlaufspläne gerade von EMP und IP und Schulmusik anguckt, also in den pädagogischen Bereichen, da wird es mir immer übel. Also weil ich eben ganz oft jetzt die Rückmeldung von Studierenden bekomme, die mir sagen, sie sind in solchen Studiengängen und würden sich aber gerne ein bisschen mehr Zeit für ihr künstlerisches Hauptfach nehmen, was ich also gerade als IPlerin absolut unterstreichen muss, weil ich sage, wenn ich irgendwann, ich sitze jetzt ja auch als Klavier-Instrumentalpädagogin noch hier, die noch im Studium ist, und dann kommen Schüler um die Ecke und wollen La Campanella von List lernen. So, da sitze ich als Studentin mit sehr kleinen Händen da und sage, okay, ich kann das Stück selber nicht spielen, dann muss ich aber wenigstens das Know-how bekommen, wie kann ich das vermitteln, wenn ich es selber nicht unbedingt kann oder wie kann ich mir sowas schnell drauf schaffen. Weil natürlich können wir, das wissen wir alle als Pädagogen, nicht alles lernen im Studium, was später unterrichtet wird an Musikschulen, aber das kann einem passieren. Also es ist nicht so, dass man an die Musikschule geht und dann nur Hänschen klein spielen muss. Das heißt, die Forderung von Pädagogen zum Beispiel, die sagen, sie möchten in ihrem Studium ein bisschen mehr Zeit für ihr Hauptfach haben, um sich selber weiterzuentwickeln, die ist ja auch schon mal berechtigt. Ja, also bei diesem sogenannten Workload hat man damals, als die Bachelorstudiengänge eingerichtet wurden, hat man das Üben eigentlich, haben viele gesagt, schlichtweg vergessen. Ja, total, oder? Wir haben festgestellt, Moment, da muss ja auch noch Zeit zum Üben sein, wann können wir die denn noch irgendwie einbauen? Es ist dann zwischen 22 und 24 Uhr oder so und das sind dann zwei Stunden, die eigentlich ein bisschen zu wenig sind. Also das ist ein großes Problem und deswegen kommt gerade aus der Ecke der Hauptfachlehrerinnen und Hauptfachlehrer natürlich immer wieder dieses Argument überfrachtet, das jetzt nicht zu sehr auch noch mit Dingen, die jetzt eigentlich gar nicht ureigentlich mit der Musik zu tun haben, weil das Hauptfach kommt ja schon eigentlich zu kurz. Das heißt, alles das, was man jetzt in dem Bereich macht, muss natürlich woanders eingespart werden. Das führt dazu, dass dann die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fachrichtungen protestieren und sagen, Moment, wie viel wollte denn hier irgendwie noch einsparen? Also wenn ich an meinen eigenen Bereich denke, Musikwissenschaft war im Diplomstudiengang stundenmäßig viel, viel besser ausgestattet, als das jetzt der Fall ist. Also das waren zehn Semesterwochenstunden im Verlauf des Studiums, davon sind sechs übrig geblieben. Tonsatz war viel, viel mehr, als es jetzt gewesen ist. Also überall ist in dem Bereich gespart worden und da sagen die Fachkolleginnen und Fachkollegen natürlich mit Recht, ja, aber warum wird das jetzt eingespart? Weil das ist doch eigentlich wichtig. Ja, es ist so vieles wichtig und das in eine Balance zu bringen, das ist einfach die große Kunst. Ja, absolut. Also weil ich glaube, deswegen wollte ich dieses Gespräch mit dir auch unbedingt für diesen Podcast, weil das ist diese Sichtweise mal zu haben aus der anderen Richtung, weil ich kenne viele, die sind, ich sag mal, fleißig am Kritisieren. Ich auch, ich bin ja auch eine von den absoluten Kritikern, was das angeht, Berufskunde oder Management im Sinne von Eigenmanagement. Deswegen mache ich das ja, was ich mache, weil ich einfach zu viele Leute kenne, die später in das Berufsleben gehen und haben überhaupt keinen Plan von nichts. Und das Schlimme ist, man kann ihnen nicht mal einen Vorwurf machen, weil es gibt einfach Menschen, die sind von Natur aus organisierter und es gibt Menschen, die können das gut, die können gut planen, die können gut strukturieren im Kopf und es gibt Leute, die können das nicht. Und die meisten Musiker gehören eher zu der kreativen Chaos-Fraktion im Kopf. So, und natürlich kritisiere ich das auch, aber ich habe mittlerweile auch diesen Blick von der anderen Seite eben, wie du sagst, man muss ja, was macht man dann? Also wenn man eben die ganzen Stunden abzwackt für Berufskunde zum Beispiel, dann haben die nachher fachlich kein Wissen mehr, das soll es ja dann auch nicht sein. Aber spannend ist, dass diese Diskussion noch so frisch ist, weil das war mir gar nicht klar, dass das noch so jung ist, dass man da eigentlich erstmal so drüber nachdenkt, weil diese Kritik, dass das Studium nicht auf den Beruf vorbereitet, den bekomme ich regelmäßig von Leuten, die sind 20 Jahre älter als ich, die aus ihrer Studienzeit sagen, ich habe studiert in der Hochschule das und das und ich wurde zu, sagen wir, 20 Prozent auf mein Berufsleben vorbereitet, fachlich, absolut, klar, das stellt auch keiner in Frage. Aber die Leute wissen nicht, wie man eine Steuererklärung schreibt, die Leute wissen nicht mal, dass man eine machen muss. Also ich habe auch das schon erlebt, dass ich mit Studienkollegen in der Mensa sitze und die sagen mir dann mit 26 nach vier Jahren Musikschultätigkeit, ja, ab wann muss man denn eine Steuererklärung, ich darf es gar nicht aussprechen, ich hoffe, das hört keiner, aber ich sage auch keine Namen, aber ab wann muss man denn eigentlich eine Steuererklärung machen? Und dann sitze ich da und denke, wow, und das ist ja genau der Punkt. Wenn es ihnen niemand sagt und wenn dann auch der Hauptfachprofessor jemand ist, der im Beamtentum ist, der keine Ahnung hat, was ein Honorartätiger oder ein Freiberuflicher machen muss, dann haben wir diese Diskrepanz zwischen Freiberuflichen, was sie dann später sind, weil wir viel zu wenig Stellen haben für diese Riesenmasse, deswegen diese Diskussion, ob Musikhochschulen alle bestehen bleiben müssen, wäre berechtigt, weil wir haben viel zu viele Leute für viel zu wenig Stellen. Das heißt, die werden dann Freiberufler und wissen aber eigentlich gar nicht, was sie dann machen müssen. Und dieses ganze Themenfeld, ich unterrichte das jetzt an zwei Akademien, das ist halt spannend, weil das sind private Akademien, die können ihren Studiengang so legen, wie sie das möchten. Die sind zwar im Bachelor-Master-System orientiert, aber es sind halt keine städtlichen Hochschulen. Und die haben Berufskunde. Ich unterrichte jetzt Berufskunde an Akademien und unterrichte Finanzmanagement und Selbstmarketing und Bewerbungscoaching und ich mache diese ganzen Fächer und sitze da und denke, das gibt es an meiner eigenen Hochschule gar nicht. Also ich unterrichte das zwar, aber das gibt es gar nicht. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, was muss dann dafür leiden? Also weil der Plan ist ja eh schon voll genug und wo knapst man dann ab? Wobei so ein Fach, das ganz allgemein Berufskunde heißt, natürlich ein sehr, sehr guter Einstieg ist. Absolut. In die Dinge, von denen man überhaupt erst mal wissen muss, dass es sie gibt. Das ist genau. Also ich glaube, es würde zu weit gehen, wenn man halt eben den Studierenden im Verlauf ihres Musikstudiums zeigt, wie eine Steuererklärung gemacht wird. Absolut, nein. Das gehört da wirklich nicht rein. Sie müssen nur wissen und verstehen, warum es möglich ist, dass es das gibt. Und dann müssen Sie sich hinterher, wenn Sie sie zum ersten Mal machen, halt eben dann auch schlau machen, wie das dann eigentlich funktioniert. Absolut. Und das lässt sich mit einem solchen Fachberufskunde natürlich dann sehr, sehr gut verbinden. Ich glaube allerdings auch, dass ein großes Umdenken im Gange ist, einfach durch die Tatsache, dass wir an den Musikhochschulen momentan ja einen unglaublichen Generationswechsel haben. Ja. Also im Sinne von, was studierst du denn eigentlich? Ja, ich bin Professor für Fagott. Oder was studierst du denn? Ja, ich bin jetzt hier Professorin irgendwie für Geige. Ach so. Ja. Das gilt für die gesamte HFMT bei uns in Wuppertal natürlich auch. Weil wenn man sich anschaut, wie jung, muss man ja sagen, die jungen Kolleginnen und Kollegen sind, die jetzt zum Wintersemester berufen worden sind. Da ist ja jemand, der 40 ist, ist ja dann schon richtig alt. Alt, ja. Also da tut sich natürlich auch viel, weil die haben automatisch einen anderen Blick auf die Dinge. Und die leben viele Dinge, von denen wir denken, dass wir sie jetzt überhaupt erstmal im Studium verankern müssen. Im Runde genommen ja auch schon. Und die sind vielseitig. Also wenn ich jetzt an unseren neuen Klavierprofessor Fabian Müller denke, dem muss man zum Thema Musikvermittlung nichts erzählen. Der macht das seit vielen Jahren auf höchstem Niveau und ist gleichzeitig ein fantastischer Pianist und macht tolle Einspielungen und hat ein eigenes kleines Festival, was er betreut. Also das ist so eine Person. Und ihn nur als Beispiel. Ja, absolut. Andere genauso halt eben auch. Die wissen eigentlich, worauf es heute ankommt. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, gerade diese Leute an die Hochschulen zu verpflichten. Und das hat bei den letzten Stellenbesetzungen, die wir da vorgenommen haben, auch eine große Rolle gespielt, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich gerade solche Leute. Wir wollen nicht denjenigen haben, der seit vielen, vielen Jahren etabliert ist als Solo-Cellist in einem super Orchester, was eine tolle Position ist und wo es tolle Leute natürlich gibt. Aber das ist nicht das, was wir jetzt brauchen für unsere junge Studentengeneration. Absolut. Sondern wir brauchen die, die einen größeren Blick haben. Und deswegen sind die Stellenbesetzungen, die jetzt vorgenommen worden sind, also von Huppertal weiß ich es jetzt einfach besonders gut, weil ich war in allen Kommissionen selbst drin. Aber von der HFMT insgesamt weiß ich es auch einigermaßen gut, sind die Stellenbesetzungen alle in diese Richtung gegangen. Und das ist gut und das ist richtig und das ist wichtig. Ja, das ist, ich bin auch so glücklich darüber, weil ich meine, ich bin jetzt ja in meinen letzten Zügen auch am Studium. Aber wenn ich überlege, wie das Kollegium auch allein in Huppertal aussah, als ich kam und wie das jetzt natürlich, klar, die Leute gehen irgendwann in Rente, sie sind irgendwann oder sie verlassen die Hochschule aus anderen Gründen, das gibt es ja jederzeit. Und wenn ich mir jetzt das Kollegium so angucke, denke ich, es ist sehr jung und sehr frisch und sehr engagiert und unfassbar motiviert. Also man merkt das, wenn man mit denen dann ins Gespräch geht, auch als Studierende, in meinem Fall, die sind nur vier, fünf Jahre älter als ich. Also ich bin jetzt ja keine Anfang-20-Jährige mehr, die jetzt im Studium anfängt. Ich werde am Samstag 27. Und wenn ich mir dann angucke, dass jemand wie, ja auch der Lukas Böhm mit 28, 29 eine Professur bekommt, dann ist das für mich eine Riesenmotivation. Weil ich natürlich dann denke, okay, ich muss jetzt nicht warten, bis ich 40 bin, bis ich mal an so eine Stelle denken kann. Weil ich habe das früher mal so gesagt bekommen, als ich mit 14, habe ich diesen Wunsch schon geäußert, habe gesagt, ich würde gerne im Flüttischen werden, aber ich möchte vor allem später irgendwie an einer Hochschulunterricht, ich würde gerne Professorin werden. Da habe ich meine Lehrerin früher ausgelacht. Also nicht, weil sie gedacht hat, ich könnte das nicht. Dann hat sie gemeint, ach du, da hast du aber noch ein paar Jahrzehnte vor dir, bis du so eine Stelle kriegst. Das war in meinem Kopf drin. Und dann kriege ich plötzlich mit, dass da Leute mit 28 Professuren kriegen. Und ich denke, ja dann ist das doch gar nicht mehr so unmöglich, wie ich eigentlich dachte. Weil wenn man die Berufserfahrung hat, wenn man das Profil dafür hat und wenn man die Leistung bringt, warum denn nicht? Ja, weil es ist auch so bei den Berufungsverfahren, das Alter darf zwar formal betrachtet natürlich keine Rolle spielen. Aus Gleichstellungsgrundsätzen ist das absolut richtig auch. Aber natürlich sind die Jungen auf eine gewisse Art und Weise halt eben dann auch im Vorteil. Wobei, das muss ich jetzt einfach nur entklappert sagen, nicht, dass jetzt, wenn jemand das hört, was wir gerade besprechen, dass dann jemand sagt, also dass die Dozentinnen und Dozenten, die wir bisher in Wuppertal gehabt hätten, eben nicht engagiert und hochqualifiziert gewesen wären. Und jetzt kommen so die Jungen, die machen das alles neu. Nein, das ist natürlich überhaupt nicht gemeint. Aber es ist natürlich innerhalb dieses Generationswechsel automatisch natürlich auch ein Wechsel verbunden, der natürlich mit dem Alter zu tun hat. Das ist ja klar. Und jemand, der als lang gedienter Hochschullehrer und Hochschullehrerin bestimmte Erfahrungen gesammelt hat, hat einen anderen Erfahrungsschatz als jemand, der jung kommt, in die Hochschule kommt. Und da haben wir ganz fantastische Lehrerinnen und Lehrer und halt eben auch immer schon gehabt, auch im Bereich Schlagzeug. Also der Vorgänger von Lukas Böhm, Christian Roderburg, war ja eine absolute Koryphäe. Und wenn man an die anderen Kolleginnen und Kollegen denkt. Aber mit den Jungen, das ist einfach so, kommt natürlich jetzt irgendwie, ich sage es mal ganz salopp, so ein frischer Wind da rein, den Hochschule auch irgendwie braucht. Und ich meine, ich bin jetzt ja in den Ruhestand gegangen, einfach weil ich ein bestimmtes Alter erreicht habe. Ich habe dann natürlich auch überlegt, wie gut ist es eigentlich, jetzt an dem Punkt zu gehen oder vielleicht doch noch ein bisschen länger zu bleiben. Ich habe dann gedacht, nein, es ist eigentlich genau richtig, an dem Punkt zu gehen, weil jetzt kommt halt eben eine andere Generation. Und jetzt musst du halt eben dann in den sauren Apfel beißen, zu erkennen, dass du aber dazu nicht mehr dazugehörst. Das ist auch gar nicht schön zu reden. Und jetzt sollen die auch machen. Und natürlich ist man immer in seinem eigenen Denkkreisel befangen. Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der relativ aufgeschlossen gegenüber Ideen ist und Anregungen ist. Aber natürlich, wenn ich selbst denke, denke ich in meinem eigenen Quadrat. Ja, klar. Und das ist einfach so. Und wenn jetzt auf einmal Leute kommen, die irgendwie aus einer anderen Ecke kommen und die einfach jünger sind und einen anderen Blick auf technische Dinge auch haben. Also wenn ich an das Antrittskonzert von Lukas Bühn denke, der da also wirklich so ganz tolle technische Dinge gemacht hat, wo ich nur gestaunt habe. So im Sinne von, boah, das würde ich auch gerne können. Aber ja, das ist eben einfach was anderes. Und die sind jetzt dran. Und jetzt müssen die ran. Und das wird natürlich Hochschule verändern. Das wird auch den Standort Wuppertal mit Sicherheit verändern. Das wird das Klima am Standort Wuppertal auch verändern. Das wird das Verhältnis innerhalb der drei Standorte an der HFMT verändern. Weil bestimmte Dinge, die so mit Augenhöhe zu tun haben, sich für die Jungen überhaupt gar nicht mehr stellen. Ja, absolut. Die sind einfach da. Und die werden sich auch von niemandem mehr anschauen lassen, im Sinne von, ob sie denn genauso gut sind wie jemand anders oder nicht. Und wir hatten immer tolle Leute in Wuppertal, aber es gab manchmal durchaus da ein Wahrnehmungs- und Anerkennungsproblem. Ja. Das haben die nicht. Das haben die jetzt einfach. Weil die treten einfach mit einem ganz gesunden Selbstbewusstsein auf. Und das ist gut so. Das ist toll. Was hast du jetzt vor in deiner Rente? Was machst du so? Also hast du irgendwelche Ziele, die du jetzt so verfolgst, die du vorher nicht verfolgen konntest vor allem? Ja. Also ich meine, man muss ja mal sagen, eigentlich bin ich ja von Haus aus Komponist. Ja. Das heißt, ich habe dann immer komponiert während meiner gesamten beruflichen Zeit. Es gab Jahre, in denen ich mehr komponiert habe, Jahre, in denen ich weniger komponiert habe. Als ich dann 2008 zum Geschäftsführer-Direktor gewählt wurde, hatte mir Dieter Kreidler damals gesagt, du musst dir darüber im Klaren sein, dass wenn du das jetzt machst, das Komponieren ganz klar in die zweite Reihe gestellt wird. Das war ich damals bereit zu akzeptieren. Ich habe zwar immer weiter komponiert, aber natürlich war es in der zweiten Reihe. Das will ich jetzt wieder forcieren. Wobei das jetzt gerade mit Corona eine schwierige Zeit ist, weil jetzt ist ein solch unglaublicher Berg aufgelaufen an Stücken, die aufgeführt werden wollen und müssen. Und jetzt neue Stücke zu produzieren, naja gut. Aber der Impuls ist da und es gibt eine Reihe von Ideen, das will ich machen. Das will ich auch engagiert machen, Zeit mehr dafür nehmen. Ich habe ja mal vorhin erwähnt, dass ich Horn als Hauptfach hatte. Dieses Instrument habe ich jetzt tatsächlich im Grunde genommen, seitdem ich an der Hochschule angefangen habe, nicht mehr gespielt. Also seit 1984 ist dieses Instrument in der Ecke gestanden. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, gebe ich es weg? Da habe ich gedacht, nein, das geht auf keinen Fall. Also es ist immer noch da. Ich habe jetzt tatsächlich vor einer Woche angefangen, jeden Tag wieder regelmäßig das jetzt aufzubauen. Am ersten Tag zehn Minuten, am zweiten Tag 15 Minuten. Mittlerweile bin ich so bei 25 bis 30 Minuten, weil das muss man ganz klar sagen, das ist wie bei jemandem, der früher mal Leistungssport gemacht hat und aufhört. Da ist nicht mehr so viel da. Und ich bin gespannt, an welchen Punkt ich überhaupt da nochmal komme. Also ob ich nochmal eins von den schönen Stücken, die ich früher spielen konnte, also so ein erstes Strauß-Konzert, konnte ich mal spielen. Also ob ich da nochmal hinkomme, man wird sehen. Aber es macht Spaß, da einfach wieder mal ein bisschen ein Gefühl im wahrsten Sinne des Wortes dafür zu bekommen, wie sich das so anfühlt, weil Klavier für mich immer ein Nebeninstrument gewesen ist, auch im Tonsatzbereich. Und dann Privatleben ist etwas, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Wir haben mittlerweile vier Enkel, für die ich bisher sehr wenig Zeit hatte. Der Älteste von denen ist jetzt schon sieben. Das heißt, es wird also höchste Zeit, sich da jetzt mal als Großvater zu zeigen. Weil das ist ja auch klar, wenn die ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann sind Großeltern nicht mehr von primärem Interesse. Also das Verhältnis zu denen muss man aufbauen, wenn die klein sind. Und dann verträgt es das halt eben auch, wenn man später nicht mehr so viel miteinander zu tun hat, weil sie sich dann trotzdem freuen, wenn sie halt eben in Kontakt kommen. Also das möchte ich einfach jetzt pflegen. Und dann habe ich ja eine Frau, die bildende Künstlerin ist, die Malerin ist. Das heißt, Interesse an Kunst ist etwas, was uns halt eben sehr verbindet auf unterschiedlichen Gebieten. Das heißt, das möchte ich halt eben auch einfach mehr pflegen. Wenn man demnächst dann wieder mal einfach unbefangen in Museen gehen darf oder irgendwo hinreisen kann, wo es kunsthistorisch interessante Dinge zu sehen gibt. Ja, das ist eigentlich so das, was ich vorhabe. Von Hochschule habe ich mich tatsächlich ziemlich konsequent verabschiedet. Ich habe gesagt, Leute, wenn es in der Übergangsphase Situationen gibt, wo ihr mich braucht, meldet euch. Aber ich werde mit Sicherheit von mir aus nicht auflaufen, um meinen Senf dazuzugeben. Das hätte ich auch nicht gedacht bei dir, dass du dann noch so reinstehst. Ich finde das dann konsequent, man muss dann auch wirklich gehen. Das Einzige, was ich weitermachen werde, ist, dass ich mich um den Wuppertaler Musiksommer kümmere. Das heißt, dieses Meisterkursformat weiter betreuen. Da haben die Kolleginnen und Kollegen auch gesagt, dass sie dankbar sind, wenn ich das tue. Weil es im Moment niemanden in der Hochschule gibt, der das jetzt auch zusätzlich übernehmen könnte. Und dann würde ich, weil ich ja diese Affinität zur bildenden Kunst habe, auch da haben alle gesagt, dass sie das schön finden, wenn ich das weitermache, mich darum kümmern, dass auf der zweiten Etage in der Hochschule immer schöne Bilder hängen. Das heißt, da wird es auch zum Wintersemester wieder eine neue Ausstellung dann auch geben. Aber das sind die einzigen Dinge, wo ich jetzt eben auch nicht mehr lehrender oder leitenderweise verbunden bin, sondern quasi so freiberuflich nebenher noch ein bisschen was mache. Hier und da mal ein bisschen die Fingerchen reinhalten. Ja, das klingt sehr schön. Also ich stehe ja jetzt quasi vor meinem Berufsleben. Es ist immer spannend, mit Leuten zu sprechen, die das hinter sich haben und jetzt sagen, ich habe jetzt meine Rente vor mir und bin jetzt ganz frei in dem, was ich tun kann. Meine letzte Frage für heute, einfach auch, weil du Musikwissenschaftler bist, aber auch, ich glaube, generell Musik interessiert. Welches Werk hast du zuletzt bewusst gehört? Das kann ich ganz präzise beantworten, weil das war gestern, als ich meine tägliche Bewegungseinheit, wie ich das immer nenne, gemacht habe, die daran besteht, dass ich dann von hier aus einfach irgendwie losgehe, nicht jogge, aber dann einfach schnell und zügig gehe. Das war der zweite Satz aus dem Violinkonzert von Edward Elgar. Schön. Den ich mir bei meinem Weg in verschiedenen Aufnahmen angehört habe, weil ich mal so ein bisschen vergleichen wollte. Cool. Das ist ein kleiner, muss ich nebenbei für alle sagen, die jetzt bei Ederswerner Hesse noch nie Musikwissenschaft hatten, weil sie auch nicht in Wuppertal studiert haben. Ich habe jedes Werk, was du empfohlen hast, mir irgendwann immer angehört. Ich habe also eine sehr lange Liste dann gehabt, weil du ganz oft auch mal zwischendurch gesagt hast, das müssen sie sich irgendwann mal anhören, wenn sie Zeit haben. Und diese Liste liegt bei mir noch zu Hause. Ganz viele Sachen darauf habe ich noch nicht gehört, versuche ich mir aber immer wieder Zeit für zu nehmen, weil das ist etwas, was wir viel zu selten machen als Musikstudierende, dass wir sagen, also jetzt nicht nur in Konzerte zu gehen, sondern wirklich zu Hause sich hinzusetzen, im Idealfall sogar keine MP3, sondern eine CD oder sogar eine Schallplatte anzumachen und zu sagen, ich setze mich vielleicht sogar mit der Partitur hin und lese und höre diese Musik, weil das machen wir irgendwie gar nicht mehr. Wir reproduzieren sehr viel Musik, aber wir hören sie gar nicht mehr. Und das ist sehr, sehr schade, weil das ist etwas, da habe ich ganz viel mitgenommen. Da muss ich wirklich sagen, es ist mir auch egal, ob der das jetzt hört oder nicht, mein Musikgeschichtslehrer in Mainz wirklich eine absolute Drahntüte. Das war so uninspirierend, dieser Unterricht, dass ich wirklich da immer saß. Und das war so der Grund, warum ich Musikwissenschaft studieren wollte, weil ich dachte, vielleicht kriege ich da mehr Input. Aber da muss ich sagen, es kommt dann halt doch auf die Person an, die es unterrichtet und nicht nur auf den Gegenstand als Musikwissenschaft oder als Musikgeschichte. Also ich glaube, an der sogenannten Lehrerpersönlichkeit hängt ganz viel. Also meine Frau ist ja auch im Lehrendenberuf tätig gewesen und die hat immer gesagt, die Art des Unterrichts, die Methode ist eigentlich sekundär. Ob es Gruppenunterricht, Frontalunterricht ist, ob es mit Medien ist oder ohne Medien ist, die zentrale Person ist immer der Lehrer oder die Lehrerin. Und wenn das einfach eine faszinierende Persönlichkeit ist, dann kann diese Person einfach ganz blöden Frontalunterricht machen. Und wenn diese Person einfach keine faszinierende Persönlichkeit ist, nützt auch die raffinierteste Technik im Unterricht nichts. Das ist es. Apropos Musik hören, vielleicht das noch, das gehört übrigens auch zu den Dingen. Ich möchte wieder bewusster mehr Musik hören. Ich habe mir also zum Beispiel fest vorgenommen, einfach mal bestimmte Stücke, die so Standardwerke sind und die ich natürlich kenne, einfach nochmal ganz systematisch und bewusst zu hören. Also tatsächlich einfach mal alle Klaviersonaten von Beethoven, eine nach der anderen hören. Nicht an einem Tag, sondern an verschiedenen Tagen. Sportlich. Alle Streichquartette von Beethoven. Einfach alle nochmal wirklich, ich kenne die alle, aber die einfach alle nochmal bewusst mit Partitur durchzuhören und sie zu lesen. Und auch da ist noch ein reiches Betätigungsfeld. Auf jeden Fall. Das ist, ich versuche mir das jetzt schon in meinem Berufsleben dafür Zeit zu nehmen. Ich mache das dann auch gerne, wenn ich mich bewege. Ich mache das dann auch irgendwie Zeit zu sparen im Sinne von, dass man Sachen doppelt machen kann, wenn sie multitaskfähig sind. Aber es ist wirklich so, ich möchte, ich persönlich möchte für mich nicht das Problem haben, dass ich in meinem Berufsleben so eingespannt bin, dass ich für sowas keine Zeit mehr habe. Das ist etwas, das will ich einfach nicht. Also gerade für Musik Zeit zu haben oder auch eben wieder für Konzerte, wenn sie denn dann wieder stattfinden endlich, dass man da auch wirklich sich Zeit vernimmt, explizit in Konzerte zu gehen. Weil das habe ich eine Zeit lang nicht gekonnt. Ich habe einfach die Zeit nicht gehabt, weil ich so mit so vielen Sachen beschäftigt war und ich gesagt habe, oh, mir fehlt dieses Konzerterlebnis so. Jetzt merke ich, wie stark einem das fehlt, wenn man das anderthalb Jahre nicht hat. Aber davor auch schon. Also man wird ja viel bewusster bei der ganzen Sache, aber das stimmt. Also Musik hören, ich finde auch bewusst, Musik, Popmusik zu hören, das ist auch etwas völlig Legitimes. Gerade mit Jugendlichen, die kriegt man ja jetzt nicht unbedingt mit einer Mozart-Sinfonie. Kommt ein bisschen auf den Schüler an, die Schülerin an, aber dass, wenn ich mit denen sowas Modernes mache, über Queen bis hin zu Hip-Hop, dass man es trotzdem bewusst hört und nicht in diesem Dauerrausch-Zustand, in dem heute Musik konsumiert wird. Es ist ja kein Hören mehr, sondern Konsum, dieses Dauerrauschen. Und das ist zum Beispiel, was mir sehr wichtig ist, dass junge Menschen wieder ein Gefühl dafür kriegen, okay, jetzt höre ich Musik im Hintergrund, weil ich joggen gehe, okay, aber ich höre auch mal bewusst ein Stück an, auch wenn das nur drei Minuten geht. Und nicht dieses, ich muss mich irgendwie die ganze Zeit zudröhnen mit irgendwas, damit ich nicht mit meinen Gedanken beschäftigt bin. Das ist ja auch sowas, was viele Leute dann machen, dieses, oder mit Filmen. Ja, zu dem bewussten Musikhören gehört halt eben der Druck auf den Ausschaltknopf. Absolut. Ein Stück hören, zwei Stücke, drei Stücke hören und dann halt eben auch ausschalten und nicht einfach weiterlaufen lassen. Genau, genau. Und dann, genau, ja, das stimmt, einfach wie so einen Cut machen. Ja, Josefina, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich glaube, da konnten viele Studierende sich jetzt auch mal ein Bild von der, ich sag mal, anderen Seite der Macht, der dunklen Seite der Macht. Jetzt wird's nicht besser. Nein, um Gottes Willen. Nein, von der anderen Seite wirklich zu hören, wie ist das eben in dieser Position zu sein, was bekommt man da so mit, das ist einfach, da muss man in den Austausch gehen. Ja, also weil die Seite, auf der man sich da befindet, weil es sind ja unterschiedliche Seiten, natürlich schon noch etwas mit der Sichtweise zu tun hat. Absolut, ja. Also als Arbeit, als jemand, der praktisch dann, also Leute, also der so eine Institution halt eben leitet oder versucht, die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und zu halten, ist diese andere Sichtweise natürlich einfach gegeben. Ja. Sie ist einfach, einfach da. Ja, und das ist vollkommen okay, aber ich finde, wie gesagt, deswegen war, glaube ich, auch unser Austausch, als ich noch in der Studierendenvertretung war, da so lukrativ und produktiv, dass wir uns eben ausgetauscht haben. Es war kein, ich lade meine Beschwerden bei dir ab, als Studierendenvertreterin und gehe dann wieder, sondern es war wirklich immer ein Austausch und ich habe dann die, ich sage mal, die Probleme verstanden, die Sachen, die dann auftreten, wenn man bestimmte Dinge entscheidet oder Dinge nicht entscheidet und ich finde diesen Austausch so wichtig, dass wenn man eben auch als Studierende, egal wer da jetzt noch zuhört, auch an anderen Hochschulen, dass man sich da, dass man keine Angst hat mit den Leuten, die Dekanen sind, Dekanen sind, die Leitungsfunktionen haben oder auch mit der Professorin von irgendeinem Nebenfach, dass man mit denen spricht, also dass man diesen Austausch hat, dass man diese Sichtweisen austauscht, weil sonst kann ich ja nicht wissen, wie der andere denkt. Ich kann ja niemanden in den Kopf reingucken. Ja, das sind Menschen natürlich auch unterschiedlich, gepolt. Ich kommuniziere gerne. Ja, ich auch. Also das macht mir ausgesprochen Spaß und insofern danke ich für die Einladung zu dem Gespräch. Sehr gerne. Das war mir ein großes Vergnügen. Mir auch. Ich wünsche euch allen, die jetzt zuhören und dieses morgendliche Interview, wenn ihr es morgens hört, gehört habt, einen wundervollen Tag. Ansonsten natürlich eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder mit einer Solo-Folge und ja, vielen Dank Nuss-Werner für das Interview. Danke ebenso. Alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.